Liebe virtuelle Gäste, willkommen zum Zukunftsland Sachsen. Willkommen in Görlitz. Auf unserer Themenreise sind wir heute in der Lausitz, einer Region, die seit jeher stark vom Strukturwandel geprägt ist. Von den Handelsrouten des Mittelalters, über den Aufschwung und den Niedergang der Textilindustrie, bis hin zum drohenden Ende der Braunkohleverstromung. Der Strukturwandel in der Lausitz ist ein wichtiges Thema für die Zukunft, für die nächsten Jahrzehnte und was Sie lernen werden, ist unterschiedliche Perspektiven von Unternehmern, Politiker, gleichzeitig spannende neue Perspektiven, wie der Strukturwandel in der Lausitz erfolgreich gelingen kann. Ja, ich habe mich entschlossen als Speaker hier aufzutreten, weil ich es sehr bedeutend finde und wichtig erachte, die guten Geschichten zu erzählen, die hier stattfinden. Und das wird auch ein Schlüssel des Erfolgs sein. Also wie schaffen wir es über die regionalen Grenzen hinaus, gute Geschichten zu erzählen, transparent zu machen und damit auch einzuladen, die Potenziale in der Lausitz und die Chancen, die hier auf dem Tisch liegen, zu nutzen. Kommen Sie ins Zukunftsland Sachsen!